Rentenerhöhung soll gestrichen werden. Null Runde für Rentner gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ich mache da gar kein Geheimnis draus. Ein sogenannter Rentenexperte. Und zwar kennen Sie den, den Professor Dr. Raffel Hüschchen. Der fordert laut Bild-Zeitung, ich mache das mal ein bisschen größer hier, dass Sie das gut sehen können, fordert da doch tatsächlich, alle Rentner in Deutschland sollen dieses Jahr auf die Rentenerhöhung von 3,5% verzichten. Das hat er gefordert, denn es fehlen im Bundesetat 25 Milliarden und Christian Lindner hat ja zum Sparen aufgefordert und er warnt vor neuen Subventionen und vor weiter steigenden Sozialausgaben. Und wie sollte es nicht anders sein? Unser Spezialexperte Bernd Raffel Hüschchen, 66 Jahre alt, aus meiner Sicht wahrscheinlich schon ein pensionierter Professor, fordert hier eine Nullrunde für 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner. Ja, der Sozialstaat baut, also seine Begründung dazu ist, Deutschland baut seinen Sozialstaat seit Jahrzehnten immer weiter aus, so Raffel Hüschchen. Deshalb ist es auch unproblematisch im Sozialbereich zu sparen und da ist es ja auch nicht schlimm, dass die Rentner 3,5% Rentenerhöhung nicht bekommen sollen. Ja, wir haben ja letzten Endes durch die hohe Inflation der letzten zwei Jahre haben ja alle Rentnerinnen und Rentner sowieso gigantischen Plus gemacht. Also von der Seite her, lieber Professor Dr. Raffel Hüschchen, eine wunderbare Mitteilung und natürlich kommt da sofort das Kontra von der SPD, die natürlich auch völlig zu Recht auch entrüstet sind und sagen, schlicht und ergreifend. Die SPD hat Forderungen nach einer Nullrunde bei Renten scharf zurückgewiesen. Es wird mit uns keine Rentenkürzungen geben. Genau so, es wird mit uns keine Rentenkürzungen geben. Das ist auch eine Frage des Respekts vor der Lebensleistung für alle die, die hart gearbeitet haben. Ja, genau dies würde aber die zuvor von den Rentenexperten Bernd Raffel Hüschchen vorgeschlagene Nullrunde bedeuten, dass man da also sozusagen keinen Respekt vor diesen Lebensleistungen haben. Und auch in unsicheren Zeiten bräuchten Menschen soziale Sicherheit. De facto würde die von Professor Raffel Hüschchen, der unter anderem als Lobbyist für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft tätig ist, das sind so neoliberale Typen, beforderte Nullrunde für Rentnerinnen und Rentner eine Rentenkürzung bedeuten. Und das geht so nicht, meine Damen und Herren. Also, ich kann nur eins sagen, ja, der Raffel Hüschchen bläst schon wieder genau in dasselbe Horn wie andere auch, die am liebsten Rentnerinnen und Rentnern de facto alles wegnehmen wollen. Das ist mit uns, auch mit mir als Rentenberater und Rechtsanwalt, der mit Leib und Seele Rentenrecht macht und auch Sozialrechtler bin, nicht zu machen. Rentnerinnen und Rentner sollen, wenn es nach mir geht, natürlich eine Mega-Rentenerhöhung bekommen. Aber warten wir da einfach mal ab, was Hubertus Heil dazu noch zu sagen hat. Aber, Daumen runter für Bert Raffel Hüschchen. Ja, wenn Sie der Meinung sind, dass das nicht in Ordnung ist, dann bitte einfach mal ein Like uns geben oder aber Sie kommentieren das Video oder Sie werden einfach unser Abonnent. Würden wir uns auch gerne darüber freuen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.